central flow massage das ist das sinnliche fliessen in deinem körper diese massage ist ursprünglich aus dem kaschmir aus der indischen baby massage entstanden sie ist eine massage die wir gemeinsam in dieser position kannst du dir vorstellen dass du dann auf mich sitzt mit einem becken auf meinem schoss und deine beine sind hinten verschränkt und in dieser position in der sogenannten die objumposition beginnt diese massage mit einer herz beckenboden verbindung wo ich dich dann sanft wiege und dann hinlegen und diese hauptkanäle sind energetisch verbunden während der ganzen massage richtig auf allen seiten es ist wie ein tanz der tandeva tanz aus dem kaschmirischen shivaismus diese massage ist auch wunderbar also leben sie ist sehr sinnlich weich sie ist fliessen dass es hat keinen bestimmten ablauf es sind halte positionen wo man einfach innehalt und es ist dann wieder ein fliessen je nachdem sehr sehr intuitiv sie wird auch in der traumatherapie wenn man sexuelle blockaden lösen möchte oder eben ein sexuelles trauma auflösen möchte kann man diese massage auch benutzen um diese energie wieder ins fliessen zu bringen ja ein wirklich langsames sinnliches fliessen